So, nochmal, jetzt gerade hat nämlich irgendwas rumgespackt, ich muss nochmal aufnehmen. Also, auf diesem Kanal wird sich einiges ändern, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und zwar werde ich nicht nur Destiny-Content machen, ich werde mich auch weiter ausbreiten. Was heißt, es wird weiterhin Destiny-Content geben? Kein Thema, aber ich werde jetzt nicht auf Kampf Destiny-Content machen, weil jetzt gerade aktuell ist es halt echt... Keine Ahnung, es macht halt gerade leider nicht so viel Spaß und man möchte sich auch nicht zu etwas zwingen. Ich möchte aber Videos machen, für euch und auch für mich. Weil es macht mir Spaß. Und deswegen werde ich mich jetzt in gewissen Sachen einfach ausbreiten. Es wird immer noch Destiny-Content geben, zum Beispiel News oder solche Sachen, weil... Oder irgendwelche Guides. Nächste Woche soll ja auch eine neue Exo-Quest kommen, eine Mission und damit auch halt eine neue Exo-Waffe. Das ist wohl der Strand-Bogen, den man hier im Trailer gesehen hat. Und im Zuge dessen werde ich da auf jeden Fall auch ein Video dazu machen. Oder auch irgendwelche Bits, die gerade richtig super strong sind, die werde ich dann zum Beispiel auch zeigen. Aber jetzt gerade aktuell ist es halt mau und deswegen möchte ich gerne auch noch andere Sachen ausprobieren. Wie zum Beispiel, dass ich vielleicht mal in ein Singleplayer-Game reingehe. Avatar kam zum Beispiel raus, dass ich dazu mal meine Meinung sage, wie ich das so finde. Oder vielleicht auch ein kurzes Gameplay einbringe. Oder zum Beispiel, weiß ich nicht, Call of Duty. Äh, Warzone zum Beispiel. Man zeigt so, hier spiel die Waffe und dann muss die Grunde oder so. Aber dann ist es auch wieder gut. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich jetzt so... Oh, ich mach jetzt Call of Duty. Boah, nee, kein Bock. Das kann auch sein, dass es ein Video war. Und dann ist gut. So. Und ich möchte mich halt ein bisschen ausbreiten. So. Und vielleicht ist es auch eher so das Ding, was mir mehr Spaß macht, dass ich halt dann ein bisschen so einen Tapetenwechsel machen kann. Und ja. Ich wäre auf jeden Fall sehr glücklich, wenn ihr mich auf diesem Weg begleitet. Ich denke mal, ihr wisst so ungefähr vielleicht, was ich meine. Ähm, halt mit dem verschiedenen Content. Und ja, mal schauen. Vor allen Dingen könnt ihr sehr gerne Kommentare unten da lassen, was ihr erstmal dazu sagt. Und vor allen Dingen, was ihr auch vielleicht so spielt. Vielleicht spielt man ja irgendwas gleich. So. Man kann ja auch sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Community-Runde. Und keine Ahnung, was könnte man da nehmen. Man zockt dann auch zum Beispiel irgendwie Minecraft mal zusammen oder so. Oder zum Beispiel eine Runde Sea of Thieves auf dem privaten Server. Das soll ja, glaube ich, auch aktuell gehen. Und solche Sachen halt einfach. Und es wäre richtig schön, wenn ihr mich auf diesem Weg begleitet. Und ja, das wäre es eigentlich auch. Also wundert euch nicht, wenn andere Videos auf einmal kommen. Destiny-Content kommt weiterhin. Plus noch andere Sachen. Und wenn ich aktuell halt auch einfach keine Lust habe, Videos zu machen. Und jetzt zum Beispiel mal zwei Wochen kein Video hochlade. Keine Sorge, Videos kommen. Und es wird auch jetzt erstmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, gewisse Videos halt zu machen. Weil ich halt gucke, wie ich die machen möchte. Ein bisschen rumexperimentiere. Und ja, das wäre es eigentlich so von meiner Sicht aus. Lasst mir wirklich sehr gerne euer Feedback da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.